So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Heute ist schon Part 8, ne? Und wir haben direkt einen Bericht mitbekommen. Ich glaube, den hatten wir schon in der Nacht, weil den hatten wir im letzten Part zuletzt sogar gehabt, nochmal. Das habe ich, glaube ich, gesagt und wie immer, ne? Danke für den letzten Part, ne? Mit der Bewertung. Also, Ehre, Ehre. Wie gesagt, würde es mich genauso auch freuen, wenn ihr hier natürlich ein Like, ein Abo und die Glocke aktiviert, ne? Ich glaube, den keinen weiteren Part mehr verpasst, ne? Falls ihr Part 1 von den letzten Part verpasst habt, ne? Könnt ihr bis zum Ende, also am Ende seht ihr dann Endcard, ne? Links ist Part 1, rechts ist der letzte Part, ne? Also Part 7. Ne? Für die, die den gerne aufsehen wollen. So, ähm, wo fahre ich denn überhaupt hin? Ich würde gerne ein Street-X-Rennen, ein Stück... Wir machen erstmal einen Sprint da, komm. Legen wir direkt los. Hoffe, dass auch noch, ähm, neue Rennen kommen. Aber ich denke mal schon. Weil es echt nur wenige sind, die wir da haben. Und zwischen kann das Spiel ja noch nicht vorbei sein, ne? Warte, wir machen genau, wir machen das hier erst. Das versteckte Rennen. Dann haben wir das eben ja auch schon mal hinter uns. Dann kann sein, dass wir die versteckten Rennen auch abschließen müssen. Damit wir irgendetwas freischalten, ne? Wir werden ja sehen, ob es da Rufpunkte für gibt, ne? Boah. Aua, lass mich. Corolla, geh weg. Schön, genau so. Ist das geil. Wir mögen schon seit Anfang an nicht diesen Corolla. Der will uns immer nur Stress machen, ne? Ich hoffe, das Auto da vorne kriegen wir auch noch. Komm, fahr irgendwo rein. Ich schaff's das schon. Ah, ich fahr rein, super. Du gehst auch am besten hier links weg. Scheiße. Das war nicht gut. Ja, kann sein, dass wir neu starten müssen, ne? Aber vielleicht überholen wir die auch noch. Kann man den links abkürzen, oder was? Ne, das ist ne Wand. Das ist ne Wand. So aus wie ein Tunnel oder so. Oh, das war wieder. Der, der mich immer mobbt. Jetzt mobb ich dich aber. Ja, schön. Ist das geil. Wieder da reingeknallt in der Kante. Ah, ich glaube, wir müssen neu starten. Ah, wobei, wir sind schon recht nah dran, ne? Wir holen die auf. Wir holen die sehr auf. Das war gut. Ihr seht ja oben rechts die Zeit. Wie wir da raufholen, ne? Und das sieht ganz gut aus. Aber den haben wir schon mal. Gleich. Aber der erste Platz fährt so gut, hab ich das Gefühl. Komm, den holen wir noch auf. Hier, gib mir Bonus. Der hat mir kein Bonus gegeben, Bruder. Der betrug. Ich bin Schatten, okay. Komm, gib Gas, Auto. Ah, das war asid, dass das Auto da im Weg war. Jo, ihr überholt uns einfach. Na, schafft man nicht. Starten wir lieber neu. Ne? Dann sparen wir uns auch ein bisschen Zeit. Hätten wir lieber frühe neu starten wollen. Alter, wir können da nicht leuchten, das wird nix. So wird das nix. Wenn wir mich da direkt wieder wegjagen, keine Chance. Ist einfach so. Ja, die drängen mich halt alle weg. Ja, Corona ist klar. Hallo. Na, wir müssen rechts fahren. Das ist so assi, dass wir ganz links fahren. Guckt euch das an. So, jetzt aber. Ja, genau so. Genau so. Dass wir uns hier nicht wegdrehen können. Sehr gut, den holen wir eh auf. Den haben wir ja eben auch schon fast aufgeholt. Beziehungsweise, den hatten wir aufgeholt. Den anderen hatten wir fast aufgeholt. Aber der ist hinter uns jetzt. Ja, guck mal, den kriegen wir locker. Hier. Gib mir ein bisschen Windschatten. Genau. Kann sogar noch mal ein bisschen mehr rausholen. Dich drehen wir um. Genau, schön. Ah, du Schwein. Was macht der denn hier? Den haben wir nicht angefahren. Ja, jetzt sieht es sehr gut aus. Ja, wir wissen jetzt, wie die, äh, diesen Trennfuchs sehen. Ja. Die Kurven kann ich jetzt mittlerweile hier knapp vorbeikommen. Ach, Betrug. Nichtrubehaltig, ne? Falls das mal grenzwertig wird. So wie hier zum Beispiel. Dann sollten wir direkt durchspeeden. Weil das wäre echt assi. Scheiße, da kommt jemand. Oh, das war knapp. Nein, er will mich wieder haben, der eine. Am großen und ganzen sind wir schneller als die. Kannst du einmal gut mitgenommen. Husten. Oh, sehr gut. Schön viel Nitro bekommen. Ich behalte es natürlich wieder, weil wenn hier wieder ein Assi kommt, dann war es das. Und das war knapp. Hat irgendeiner bestimmt mitgenommen, das Auto, oder? Keiner? Okay. Können wir hier schon mal ein bisschen speeden. Na, wobei, lohnt sich nicht. Ne, 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 ne. Er ist ein bisschen. So. Aber hier müssen wir eh wieder bremmen. Und hier dann volle Kanne. Ja. 2 Minuten 49. Gut gemacht. Hast du es echt gut gemacht. So. Entra war das ja so schnell. Ja, man kriegt auf jeden Fall auch Rufpunkte. Das heißt, man wird, denke ich mal, irgendwas mehr freisch halten als sonst. Wenn man die nicht machen würde. Das steckt ein Rennen, ne. Also, irgendwas machen wir dadurch mehr. So. Ja, okay. Let's go, let's go, let's go. Dann machen wir jetzt mal einen Sprint, ne. So, let's go. Ist das hier rechts? Bitte. Komm. Ja, sehr gut. Ist auch Geld. Ich trau dem gerade nicht. Ist doch bestimmt irgendwo Geld, oder? Ne? Okay. Weiß man eigentlich, wie viel Prozent wir schon abgeschlossen haben? Das würde mich nämlich mal schon interessieren. Ne? Denn sobald wir mir Need for Speed Anagland 2 durch sind, sag ich euch ehrlich, würde es auch ein Let's Play zu Need for Speed Carbon geben. Denn das ist mein, ähm, würde ich schon sagen, zweitlieblingsteil, ne. Und nach Need for Speed Carbon kommt dann sogar schon, witzigerweise, bei mir, ähm, Need for Speed, ne. Weil ich finde Need for Speed geht echt gar nicht mehr so schnell. Ist ja von den gleichen Machern wie von dem Spiel hier, ne. Deswegen ist das halt auch gut gelungen. Need for Speed anbauen könnt ihr komplett vergessen. Das ist Müll. Also, ich hab bisher noch nicht gehört, dass irgendjemand das cool findet. Ich hab bisher nur gehört, ah, das ist schlecht. Hat nicht was Cosplay, ne. Punkt. Das hab ich bisher nur gehört. Und das ist auch die Wahrheit. Es hat nicht mal Crossplay. Need for Speed hat Crossplay. Nur leider, die Entwickler von dem Spiel hier wurden alle gekündigt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es gab einen Grund. Der keinen Sinn ergeben hat, glaube ich. Und das ist schade. Denn ohne die gäbe es dieses schöne Spiel hier gar nicht. Das heißt, es wird auch nie ein Remake hier zu geben. Denke ich mal. Sollte irgendwann mal ein Remake kommen, ne. Wisst ihr Bescheid? Da bin ich ab stark. Da seh ich mich nämlich. Hm, ja, wir fahren. Wir fahren links lang. Links, 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 links. Es geht schneller. Selbst mit Gegenknallen geht schneller. Ja, fahren alle. Du, Assi. Dich nehme ich auch noch mit. Schön. Jetzt fahren wir rechts. Ah, das war dumm. Das war richtig dumm. Wobei, 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 wobei. Ja, doch, das ist dumm. Immer links, rechts ist dumm. Guckt mal, die haben uns alle überholt. Oh, das ist schon das Ende. Na, super. Jetzt haben wir ernsthaft verloren wegen der Kurve. Wow. Ah, ich dachte, das ist ein Rundkurs. Oder wie das heißt? Rundkurs? Nee, wie heißt das? Rundkurs? Doch, das heißt Rundkurs, oder? Ja, na, dann sehen wir die Runde. So, ihr beide weg. München, ich nehme mich gerne mit. Schön. Sehr schön. Müssen immer so einen Boost mitnehmen. Das finde ich auch cool, ne? Das knapp vorbeifahren. Die Plus gibt. Und wenn du irgendwo gegenfährst, dass du Minus kriegst. Das finde ich echt ganz cool gemacht. Wäre da fast reingefangen, Alter. Nee, Parkplatz da oder was hat das braucht. So, hier mal bremseln. Ja, passt. Ich finde laut, das dauert immer mit, ne? Fällt mir. Zack. Das zählt natürlich nicht. Das zählt natürlich nicht. So, wir wissen, wie farst weh mal längst fahren jetzt. Mann, ey. Mann, ey. Alter, das war aber wieder knapp. Komm, bitte. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Nein. Bitte, komm. Die Abkürzung. Die Abkürzung in den Sinn. Nein. Oh, ernsthaft? Weil ich die Handbremse gezählt hab. Naja. Dann ist das so. Dann müssen wir halt nochmal ran. Oh, du schweinhaft wie reingehörst. Ach, die sind ein Drecksauto. Wir testen, ob wir das aufholen können, weil ich glaube schon. Ja, ja, ich glaube schon. Wäre ja schön, wenn die auch mal irgendwo einfallen würden, ne? Aber tun die nicht. Aber wir holen die auf, das ist gut. Wir holen die sehr gut auf. Wir können gar nichts machen gegen uns. Wir sind zu gut. Wir können nur was machen, wenn wir irgendwo illegal am Ende reinfahren. Oder halt eine Handbremse zünden, ne? Aber Handbremse ist echt schlecht in dem Spiel. Muss man wirklich sagen. Da gefällt mir das in anderen Spielen mehr. Hallo. Macht nix, alles gut. Noch kann das Auto nicht kaputt gehen spielen. Nur damals. Ich meine, damals ging es nicht. Ich meine, heutzutage. Nur heutzutage geht es. Wollte ich schon sagen, damals. Was wäre das jetzt das Neueste? Oh, das war knapp. Und es zählte nicht, dass es knapp vorbei ist. Oh, jetzt könnte ihr. Alter. Kommt, zwei Schweinebacken angefahren. Ja, ja, überhol ruhig. Du musst eh abrennen, ein Schwein. Ja, schön. Genauso nicht anders. Ist das geil. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, bam. 2,17 haben wir gebraucht für das Neueste. A3, Coupé, Supra. Finde ich gut. Alles, die wir nicht haben. Komisch, ne? Eigentlich kriegt man nur die Gegner, die wir als Autos auch haben, ne? Also, halt die Autos als Gegner, die wir haben. So ist es ja normalerweise in den Spiel. Zumindest meine ich, dass es damals war. Also, dann sieht man ja schon Autos. Dann wird man ja gespoilert. So. URL müssen wir auch. Wann haben wir den URL überhaupt schon wieder? Machen wir den Sprint auch noch? Dann würde ich sagen, URL. Es sei denn, der Sprint dauert lange, weil ich ein Idiot bin. Ne, weil ich einfach schlecht fahre. Ne? Über die Autobahn. Okay. Wenn du dazu willst. Ja, will er. Er dreht sich erst nach links und jetzt nach rechts. Also, schade. Oh Gott, das ist wieder ein Weg. Oh Gott, das ist wieder ein Weg. Ja, zwei Autos, das werde ich nur machen. Und direkt das nächste Auto. Ich fasse es nicht. Ja. Ich weiß nicht, wo der Pfeil immer hinzeigen will. Ab und zu zeigt er irgendwie falsch an, ne? Da ist er. Der Fokus. Oh, hier haben alle schon ein Dachspoiler. Spoiler-Alarm wohl, ne? So wieder so ein Golf hier. Geht's noch? Ja, gönn mir deinen Windschatten. Komm. Mach sehr viel Wind. Oh, ich bleib eiskalt in deinem Windschatten. Ist das nicht gut? Du Asi, du hast das extra, ne? Ja, fahr doch da rein. Schade. Ja, ich bleib rechts. Kein Bock, in den Gegenverkehr zu fahren. Das ist riskant genug, dass hier überhaupt Verkehr ist. Aber krass, mir. Es gibt gar keinen Tag in dem Spiel. Alles ist in der Nacht. Natürlich kommt ein Tag jetzt nicht wie in der Nacht vor, aber... Es ist in der Nacht. Weil es ist schon irgendwie hell in dem Spiel. Dafür, dass es Nacht ist, ne? Aber ich glaube, damals ging das noch nicht so, dass man das Spiel so dunkel machen kann. Wenn es Nacht ist. Ich glaube, so weit waren die Spiele noch nicht. Ich meine, guckt euch mal die Wolken an, ne? Das ist Eiskalt einmal im Bild. Mhm. Ach, schon wieder sowas. Okay. Okay. Bisher sieht's komplett gut aus. Wir haben ganz viel Nitro, ne? Oh, was ist das denn da für ein Kurvenkram? Oh Gott. Da würde er richtig Spaß machen, ja zwar. Ah, vielleicht sind die Kurven hier auch ganz nett. Und es sieht nur so schlimm aus. Ja, doch. Die sind nett. Sehr gut. Bisschen bremsen hier. Oh, das passt. Sehr gut. Oh, nee, mach dir nicht mehr. Oh, der hat das... Hat das gut fängt für dich da, bei gar. Ja, das springen wir auch nicht. Nein, 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 nein So, das reicht doch wieder Ehm, zack Oh, das müssen wir auch machen Ja, dann lassen wir das heute mit der URL Weil das ist versteckt und versteckt Und das ist Street X Das kostet genug Zeit Das kennen wir schon Also da werden wir dann kein URL Und der Rennen heute mal hinkriegen Macht aber nichts Können wir dann mal die nächsten Parts irgendwann mal machen Für die, die es noch interessieren Es kommen alle zwei Tage Ein Partner, ungefähr so Bisher sieht es ja leicht aus Ja, sehr gut Nee, weg mit dir Bringt dir eh nichts, da zu sein Du musst so nah an den Karten, wie es geht, Kollege Hallo Ja, das ist doch schon wieder Betrug Geht's noch? Wir holen ihn auch auf Wartet ab Wir benutzen ihn gleich auch als Kurve Ja, okay Ich glaube, wir können es vergessen Boah Den hab ich völlig rausgenommen Aber der andere ist drei Minuten vor uns Äh, drei Sekunden vor uns Ah, wir holen ihn ein bisschen auf Aber vielleicht Nee, keine Chance Wir starten neu Haben wir mehr Zeit Wobei das eh das letzte Rennen ist, ne? Aber wer weiß, wie viele Trides wir noch brauchen Darf doch immer das letzte Rennen wollte sein So, weg mit dir Haben wir den ersten Chaoten weg Den Chaoten würde ich gerne auch Einmal, genau Ich benutze mal als Kurve, genau Ja, danke, dass du wieder vor mein Auto fährst Ja, genau Gib mir ein bisschen KMH Dankeschön So kann ich die Kurve besser nehmen Sehr nett Boah, das ist schwierig Den ersten zu überholen Wow Der ist schnell Er ist ein Krieg, Mannes, glaube ich Keine Chance Kriegen wir nicht Drei Sekunden wieder weg Nee, kriegen wir nicht Wir müssen direkt am Anfang überholen Sonst wird das nichts Direkt nach rechts So Dann haben wir eigentlich direkt gewonnen Ja Wenn die halt nicht alle hier vor wären Aber ich glaube, der ist langsam, Alter Der Typ Wenn wir den noch rauskriegen hier Dann haben wir gewonnen Weil die anderen, die sind sehr weit hinten Und die können eigentlich gar nicht mehr aufholen Wobei die echt schon das aufholen Irgendwie Ich habe das extra gemacht Dass sie aufholen Ich habe das Gefühl Ja, wir holen gut auf Macht nix Die holen gut auf Können wir den auch kriegen Ach, wieder zu schnell hier Ja, das war gut Das war sehr gut Die kriegen den, glaube ich Kann mir jetzt Gas geben die ganze Zeit Ah, das wird nix Wird ganz knapp leider nix Glaube ich Komm, bleib bitte stehen Mann, das kann doch nicht sein Kann doch wirklich nicht sein Doch der Part wird wieder 40 Minuten gehen Jedes Mal ist das zu dicks, ne Jedes Mal Aber ist auch schwierig Seht ihr ja selber War eigentlich schon ein Gefühl perfekt Aber wenn die Assis einen wegbringen Kannst du nix machen Ja, sehr gut Na, das war schlecht Wobei, ne, ne Alles gut Ja, sehr gut Sehr, sehr gut Wie ist ein Erster Jetzt ist ihr nur noch gut fahren Und es scheint ein Erz war gut zu klappen Aber es ist echt gut aus Scheiße, das war schlecht Aber solange ich noch in der Ecke bin Kann er mich nicht überholen Nein Oh, mach jetzt nicht diesen Mach jetzt nicht diesen Nicht in der letzten Runde Oh, ist das euer Ehren Ich hol dich nur ein Ich hol dich nur ein, du Knecht Ich sorge dafür, dass ich dich nur einhole Nämlich gehe ich jetzt hier ganz schnell nach rechts So Ah, schlecht Ja, das war's Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein In dem einen Fehler Hab ich schon wieder verloren Das kann doch wirklich nicht sein Das ist zu schwer, das Rennen Natürlich, es macht Spaß Aber es ist übel schwer Ja, super Werde ich natürlich nach außen gedrängt Ja, weg mit dir Komm Nee, das ist doof Oh, das ist gut Fährst du denn, du Idiot Sehr schön Das war ja auch für der Packer Nein, du machst die Scheiße Hör auf mit der Kacke Hör auf mit der Kacke Oh, hör auf doch damit Ja, genau Crash ihr euch Mobbt euch Macht alles So, dass ich die Erste werde Schafft das schon Naja, mobben sollt ihr euch nicht Aber Ihr sollt ja immer nur Keine Ahnung, was ihr da machen sollt Einmal mich gewinnen lassen Ja, genau so Ja, gönnen, gönnen Noch sieht das gut aus Sieht sehr gut aus Weil der die ganze Zeit Wie ein Idiot dagegen fährt Es war noch nie so knapp Komm, geh weg Ja Sehr schön Jetzt ist er wieder vorne Boah Mach nicht diesen, Junge Du fährst wieder zu gut Nein, bitte nicht Nicht schon wieder Nein Nein Schon wieder Oh Mann Das ist echt schwer Wir sind beinahe Zehn Minuten an dem Rennen Ach So ist das halt mal Sehr schön Der ist weggedreht Ah Assi Aua Wie kann er denn schon wieder so schnell sein Was ist denn da los Sehr schön Ja genau Schubst mich an Aber nicht hier ausbrechen lassen mich Das geht gar nicht Nein Nein, du hast auch wieder scheiße Dagegen Ja Die Asis wollen einen ja immer ausgrenzen Das ist das Ding Bisher sieht es sehr gut aus Ich darf die halt nicht mich ausgrenzen lassen Das Ding hier ganz rechts So dass er da eventuell gegenfährt Hat er glaube ich sogar getan Weil er wieder sehr weit hinten ist Oh oh Was war es kann Ja jetzt Jetzt haben wir es Jetzt haben wir es Ja Schön Schöne Runde am Ende Zwei Minuten fünf Sehr gut Skyline Nissan Skyline Oder was gewesen Okay Schön Sehr gut Freunde Sehr sehr gut Das war ein wichtiges Rennen Versteckt und schwer Mal gucken ob irgendwas auf uns zukommt Irgendwas Ein Film Irgendwas Vielleicht auch ein Brief wieder Der wichtig sein könnte Ne Gut Freunde Dann würde ich an der Stelle sagen War es das heute Falls euch der Part gefallen hat Dann würde es mich natürlich freuen Wenn ihr eine positive Bewertung da lässt Ähm Und sonst Lass gerne noch ein Abo da Aktiviert die Glocke Damit ihr nächstes Jahr verpasst werdet Und haut da rein Bis zum nächsten Mal Und ciao